This is your brain on drugs Ich nehme Clash Oh, was spiele ich denn jetzt? Eigentlich würde ich... Dieser Heslon-Bossi, Alter Ich habe in einem Alpha-Pack, ja Habe ich das Black-Eyes Deswegen muss ich ihn spielen Bitte, deswegen die Drohnen nicht platt machen, pingt mir, wo die Drohnen sind Ja, vielen Dank Josh auf Drohnen suche Danke schön Okay, Muchachos Spawn, Reiß Der erste Runde, ihm beginnt Schickt gerne in die Beschreibung einmal kurz rein Checkt unsere Partner ab Triebwerk Merchandise Furt, Furt Bisschen raus, Muchachos Und gerne, ihr wisst Bescheid Kommentare schreiben, fühlen Algorithmus Erzählt uns einfach, wie läuft Rainbow Six bei euch Was regt euch gerade auf Was läuft gut Wie ist der Rang Was war der letzte, als ihr den gezogen habt Kommentare, Muchachos Support Da muss bei mir irgendwo eine Drohne sein Die wurde gerade entdeckt Ja, ja Könnte ich nicht Könnte aber nicht genau sehen Tatsächlich Bei Och Ist hier auch eine Kamera In Operational, wo wir sonst immer reingehen Da habe ich eine Drohne Wo wir immer richtig reinrushen Und da kommt auch was Ja Ja, da kommt immer was Ja, da ist auf jeden Fall was Hier ist auf jeden Fall noch eine Drohne, die kannst du platt machen Na zu spät Nee Besser nicht Ja, na ist da Okay Und Blitz, und Blitz ist da auch Ja, oh fuck Warte mal, ich könnte da vielleicht auch schon mal hingehen mit einer C4 Scheiße oder so Kann ich hier durchschießen Jo Nice Warte, warte, ich schau mal War das Blitz? Nee, war es nicht Warte Nein Ja, Nomad unter mir Unter euch Blitz ist hier verletzt, verletzt Wo? Wo? Hier? Ja, ah Pass auf Ja, schön Das war die Nomad Nomad Blitz, 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 komm Blitz, blitz, blitz Blitz, blitz, blitz Ja, das ist ein Ficker, ey Der ist hier rechts irgendwo Los, push ihn, los Warte, auf der anderen Seite gibt es ein Fenster Ja Der ist rein, der ist rein, zur anderen Seite Ich will auch, ich will auch Letztes Blitz Push den Oh Nice Geil, ey Ich war gerade am anderen Da ist er sogar, da liegt er noch Das war doch ne erfolgreiche Runde, wa? Schöne Runde Jawoll Die war richtig geil, ja Oh yeah Und das auch Leer Leer So jetzt runter Also Ela Waffe ist echt nicht schlecht Geil, ne? Aber Also wenn man durchhämmert Dann hat die doch noch Rückstoß Ganz ordentlich Für sich Also auf höhere Entfernung Äh Ist schon Schon merkbar auf jeden Fall Ja Ich kann mich denn sonst noch nehmen Hier mal Ich hab trotzdem Bock auf Ela Ich mach's denn nochmal 3 2 1 Knollgas Oh Oder auch so Oh yeah Ah Digga Einfach das ASMR Model Nach wie vor Äh Oh ja Oh ja Ich hab ne Drohne Haben wir ne Mossi? Ne haben wir nicht Seitenwand zum Breaching Oh 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 Furtstuch! Pass auf! Ja. Schade. Hab sie noch angehltet. 70. Ash? Ja, ich muss dich zurückziehen. Drohne sind Zeit. Furtstuch! Dreierping! 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 Hier! Komm, komm, komm! Run, run, run! Die planten! Die planten! Furtstuch! Hier! Weiter! Lauf weiter! Hier drin! Weiße! Schön! Wurde entdeckt! Bei mir, bei mir, bei mir! Gefused, defused! Bin tot! Wo ist das? Ich hab schon wieder nicht, wo ich landen muss! Oh nein! Lätsch ist doch da! Wo? Lätsch ist wo! Lätsch ist durch! Ja, da, da! Lätsch ist doch! Ja! Ich hätte jetzt hier müssen zerinjured werden! Scheiss, ich weiße nicht! Das份 geht, das ist nichts, was ich zu tun! Bis zum nächsten Mal strange! Soich nochmal abbrechen? Ja, ein paar nochmal! Heheheh! Ach, man weiß nicht, vielleicht jetzt durchziehen können? Ich finde Нكals! Hm, man als du gesagt hast, würde ich nie ficken, ne, f*** ich ja! Mal schnell, mal schnell, dachte ich, er wäre in dem Vorraum, wo du die ganze Zeit gepinkt hast. Achso. Ja, und danach hat er geplantet. Dann hab ich ja gesagt, ja, aber das hat gut geklappt. Ja, 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 zum Beispiel hat er gut geklappt, ja. War ein bisschen langsam, hast schon recht. Ich hab leider durch die Nervosität, was schon geplant war und sowas, richtig hart verkackt auf den Sledge. Er ist sogar in meine Grismod-Mine reingelaufen, weil eigentlich war er verdrizzelt. Wo war Angus? Der wusste nicht mehr, wie er zurückkommt. Ich hab den Bug, der euch von oben die ganze Zeit, der von oben da quasi geschossen hat, hab ich den Bug abgeknallt und dann wollte ich runter, als er gesagt hat, scheiße, ey, die Plänen, und ich bin einfach in die falsche Richtung gelaufen und war in der Sackgasse. Ich kenn diese Web-Kammer auch. Ich muss sagen, ich glaube, das kenn ich auch so, ja. Ich kenn sie, null. Auf der Map hier geht mir das auch so weiter. Ich geh irgendwo weg vom Spot, geh in die Treppe hoch, lauf in den Nebenraum, ich trebe mich um, will zurücklaufen, ist einfach alles klar, ist aus. Manchmal haben wir es geklappt, aber da war schon, da war ich schon zurückkrasiert. So durchkrasiert würde ich das nicht nennen, aber danke. Mit wem darf ich denn zusammen irgendwo hinlaufen? Ich weiß nicht mal, wo man die forsten sollte, aber das forsten würde ich nicht mehr. Was hat's denn? Ich hab die Hälfte schon. Ui. Marvin, du musstest auch irgendwie Entschuldigung sagen, oder sowas, wenn du willst. Ich hab gesagt, es tut mir echt leid. Das hast du. Das Einzige, was ich gehört habe, war, dass du dir fast in den Mund gekotzt hast. Krass. Ja, ich hab auch keinen, ist zu beleid, gehört. Ja, Alter. Es kam nur ein, der war nicht da, Alter. Werde ich gleich nochmal wiederholen. Boah. Ey, war irgendwo noch eine Drohne? Boah, das stinkt hier aber auch, ne? Puh. Möchte hier hinter einer? Oh. Dahinter ist einer, oder möchte jemand hin von uns? Warte, warte. Ne. Wird nur gefragt, ob da einer von uns hin möchte. Hier. Oh, da sind zwei. Warte, ich geh da mal hin. Was soll ich verpissen? Ja, wen haben wir denn da? Ist das die Arsch? Hallo, Mr. LOL. Ja, ja, sehr schön. Das ist aber noch, Alter. Das sind noch mehr. Also einer ist da hundertprozentig noch. Komm, bei mir. Oh, ich will raus, bitchen. Die Scheiße. Nein! Hier oben. Da oben. Hilfe. Warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Komm, ich komm. Bin tot. Da darfst du nie mehr zu stehen, wegen oben. Ey, diese Scheiß-Dokibi, Alter. Magmatuch, du bist hier, oder? Magmatuch. Warte, warte, ich pushe. Und du hast gesagt, du komm. Boah, also. Boah. Hat dich schon mal gesehen? Na, Schilder. Ich dachte, du hättest hier von zurück. Scheiße. Das war kacke. 60 AP. Hier, drei Ping. Ping drei. Pass auf. Zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück. Oh, scheiße. Fucking Flash, Alter. Ich weiß nur noch Marvin und unser Random. Ja, ich weiß. Da, da ist unser Random. Kannst du dich mit Flash in die Flamower laufen? Marvin. Ja. Ich sag's euch noch, ist da einer? Da ist einer von uns. Der ist halt komplett useless, ne? Der ist wirklich, richtig useless, ey. Digga, nice. Der hat auch Gojo, Alter. Ja. Also, so ein bisschen Support hätte ich von denen haben müssen. Ja, aber ja, die Idee mit dem Clamer war mal nice, ey. Der mit der Clamer war richtig geil. Und ehrlich, jetzt mal funktioniert, ohne dass du noch gestorben bist. Ja, ja. Sehr wild, Alter. Das letzte Mal, wenn Marvin das versucht hat, ist er mal selber dabei gestorben. Okay. Wir nehmen Iana, nope. Wir nehmen irgendwas mit Intel. Also, Doka haben wir. Perfekt. Dann würde ich sowas wie... Oh, ist das auch schon weg? Ja, ja. Ich müsste dich einen Breacher picken. Boah, wie soll ich das nehmen? Das war so Pech gerade, Alter. Brokulos, Michael. Eigentlich wollte ich richtig schön rausbitchen da an der Tür. Und dann kam der Anruf, dann kam die Banner von oben. Ja, deswegen gehe ich so ungern dahin, weil du da ein leichtes Ziel bist oben. Ba, ba, ba. Okay, aber... 2-1. Ist in Ordnung, ne? No. Schauen wir mit Leben. Aber Verteidigung ist auch einfacher, ne? Weil die einfach keine Ahnung von dieser Map haben, nach wie vor. Hier will wir rausbitchen. Hier? Haben wir irgendwas zum... Wenn du sagst hier, dann nehme ich da Blackbeard einfach, um da vielleicht ein Gratis-Kill zu machen. Nämlich Twitch mit oder nämlich Ying mit? Nochmal zeigen, wo? Der muss eigentlich hier irgendwo sein. Hier. Ach, die sind wieder hier, ja? Und dann wäre Shooting Range ganz gut, ne? Ich spore eine Shooting Range auf jeden Fall, aber ich sehe durchs Fenster da niemanden. Aber sie haben es angeschlagen, nicht angeschossen. Also da war irgendwie eine Intention dahinter. Oh, unten ist offen. Hier unten ist einer. Dann laufe ich da mal hin. Genau, genau aufpingen. Einfach pre-feiern. Warte, warte, warte. Sniper schneller, warte. Aufpingen. Ey, dann noch ein Fenster auf dem kleinen Fotzen, Alter. Ist weg, ist weg, ist weg. Oh, nein. Gönn dir, gönn dir auf jeden Fall. Er war gerade noch da, ey. Pass auf, ich bin ein C4 von euch. Ich weiß gar nicht, nee, das muss ein anderer gewesen sein. Kannst du dir sowas auch machen? Der Englis geholt wird. Oh. Wie schade, dass unsere Dukin... Noll. Alter, nice. Ja, Duker direkt am Anfang ist, ja, ungünstig, ne? Ey, ihr habt auf eine Seite gepinkt. Ich habe da hingeguckt und dann kommt zum anderen Fenster, hat er halt auch rausge... Oder hat einer rausgebitscht und hat mir direkt... Enki, hier bitte schauen, in meine Cam, Stairs. Leute, A war gerade clear. Boah, ist... Fuck, ich brauche eine EMP oder so. Kann ich breachen? Ja. Hat irgendwer eine EMP? Ne. Ich hatte welche. Okay, dann gehe ich jetzt zu Marvin. Hier müsste ich auch irgendwo breachen können. Ah, ich kann doch keine neue anlegen, dann. Aber der muss doch irgendwo frei sein, links oder rechts. Hast du überall getestet, überall? Äh... Hast du überall getestet, Dinger? One. Äh, hier, hier. Ich kann keine andere, äh, rausholen, weil ich meine schon rangelegt habe und ich auslösen kann. Nein, ey. Ich kann jetzt weiter anlegen. Ey, was? Wie war ich denn insta-tot, obwohl ich mein Schild hatte? Über den Header, hä? Schön. Was? War toll. Ja, links, ja. Free Fire. Schade. Ne, der Timing, ey. Du dieser Bastard. Ey. Ey, Dinger. Dann bleibst du auch noch hängen, ey. Dieses Timing einfach, ey. Ja, ich bin froh. Es ist einfach... Es ist einfach alles schlecht gelaufen. Ja. War ein blöder Start schon, sagen wir mal so, ne? Ja, ich hätte halt echt... Lässt du mich jetzt Doka nehmen? Das wäre ganz geil, ja. Hätte halt echt EMPs gebraucht, mit nem Breach, wäre das Ganze viel leichter gewesen. Dann nehm ich EMPs. Schade, schade, ich geh wieder Shooting Range. Du musst nach unten gehen jetzt. Die werden wahrscheinlich runtergehen. Ich nehm Termite, das ist da auch ganz praktisch. Dann nehm ich gegebenenfalls Monter. Monter bin ich auch. Oh, wenn ich mich auf der Map besser auskennen würde, alter, dann würde ich gerne seitlich breachen und noch ne Hedge von oben. Ja, guck mal. Aber ich weiß nicht, also wenn ich eins gebreached habe, weiß ich nicht, wie ich zum zweiten komme. Ram ist auf jeden Fall stark, ja. Also ich könnte noch umswitchen. Also wenn... Erstmal gucken, ob sie unten sind. Ja, sie sind eh unten. Wahrscheinlich schon. Zmeck, willst du doch Doka haben? Ja, unten. Engos? Ne? Ne. Okay. Oh, hier ist ein Hedge. Digga, die minus 10 Grad, ey, die fetzen mich gerade richtig weg. Ey, es ist so arschkalt draus, ey. Digga, ich bin richtig am Zittern, ey. Ohohohoho. Da kommt jemand zum Reinforce und nicht. Marvin, kannst du auch hier super... Shooting? ...den Dach aufmachen. Nehmt jetzt Ram? Mit Ram, falls du Ram hast. Da kann man breachen, da ist nicht Reinforced. Eins, zwei. Eben, nein. Pali könnte da aufmachen, aber... ...das ist unser Random. Voll eher nix. Boah, ich muss... Boah, ich bin richtig am Zittern, ey. Oh, fuck, ey. Ich muss mir gleich die Heizonger machen. Digga, andere YouTuber gehen... ...zu Silvester in den Club und holen sich so zwei, drei Liter... ...Velvedere-Flaschen, Alter. Und Marvin hat nicht mal am Heizen hier. Dann sind wir noch weiter unten. Wir sind hier falsch. Wie kommen wir denn noch weiter nach unten? Irgendwo sind Treppen. Nein, 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 nein. Ich weiß doch gar nicht, wo die Treppen sind, ey. Hier ist einer, Deko. Hier bei uns. Wo war denn? Na ja, da. Geht hier. Jetzt hat sich die aus. Da ist ja alles voll bei mir. Geht nochmal mit der Drohne reinfahren? Ja. Habt keine mehr. Er ist da hinten. Achso, smack mal durch. Hier hinter ist einer. Halt doch, mach ich noch. Okay, mach du. Liegt hier auf dem Boden. Inwerping. Geht auf, läuft weg. Meine Drohne wieder erwischt. Hat sich zurückgezogen. Wir gehen hier, 3er ping. 3er ping, auf 3er ping. Nein! Ey. Ist er noch hinter? Vor, Rico? Ja. Ja, sie wird hier. Alter. Okay, shit. Okay. Komm nicht weg. Dann hast du die Sichtlinie einfach bis einfach zur Seite gegangen. Ja, ich sag, ich muss was füllen, sonst wird die ganze Zeit weiter gelabert. Das ist so geil, ey. Zum Glück kam ich es aber. Colt. Tattoo. Monty. Ihr habt ja alle Camps, ne? Will ich ihm nochmal kurz gesagt haben. Ja, ich hör. Hier. Da im Raum, wo du die Anybody gequillt hast, war auch eine Hedge, ne? Genau über dem Spot war das. Hier. Warte. Ping dir die Hedge nochmal. Hier. Ich bin bei einer Hedge. Aber die hier ist über dem Spot. Vor mir, vor mir, vor mir, vor mir. Oh, ja. Einen noch. Ist der denn? Hinten bei B, hinten bei B. Plant vielleicht. Ja. Warte, muss ich mal anrufen? Ne. Der kommt vor mir. Links, 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 links. Bei mir links oder wo? Ja, da, das links. Ja. Ja, da war er. Rechts. Los, rechts. Nein, der war wirklich, ey. Bei wem hast du ihn jetzt gesehen? Bei mir oder bei dem anderen? Ich konnte es überhaupt nicht mehr abschätzen, dieses Links. Weil ich habe ihn... Ne, das links war an dich gerichtet, ja. Ach, okay. Ich habe ihn bei Nuki habe ich ihn gesehen, dann hast du ihn da gepusht. Und in der letzten Sekunde, wo... Ja, egal. Du hast jedenfalls den Spot gesehen, wo er war. Da war er aber nicht mehr. Er hat links lang geflinkt. Wer war gerade der Blitz? Das hätte man doch easy noch schaffen können oder nicht. Wer war denn das gerade? Hä? Monty. Monty. Ach, Monty. Monty war am Blenden. Ich war schon am Blenden. Von der Seite geholt. Und dann auf einmal dachte... Ich dachte, du wärst auch die ganze Zeit noch da. Aber dann auf einmal kam er von der anderen Seite. Habe ich nur gehört. Ne, Marvin stand richtig, hat er nach vorne gepusht. Und er hat sich dadurch... Ja, weggeguckt. Schade. Also das Lies war darauf gedinkst, wo er es lang flinkt. Er hat ja links sich dann lang gepusht. Und dann... Ich konnte mit absolutem nichts anfangen mit dieser Nachricht. Schade. Aber, ja, der Angriff ist doch einfach, wenn man keine Ahnung hat, eben schwierig, ne? Valkyrie. Hier ist ne Valkyrie. Dann ist da Bra war eigentlich auch wieder geil. Ey, bei mir war es gerade schon wieder so scheiße. Also ich dachte, ich kann irgendwie die Zeit nutzen, wo jeder Gunfight hat und ranpushen. Und auf einmal kommt die rum, Alter. Und ich hatte einfach keine Zeit zum... Das ist so... Deswegen hasse ich Rainbow Six. Das ist eines der krassesten Sachen, die ich an Rainbow Six hasse. Du einfach manchmal das Gefühl hast, dass du keine Chance hattest, um einen Gunfight zu gewinnen. Uuuuh. Der gammelt hier oben. Was? Das habe ich nur durch random Pre-Firen irgendwie machen können. Unten sind die Fenster. Um 3er-Ping ist einer. Weiß nicht, wo das ist, Brudi. Ja, oben. Oh, hier höre ich aber auch was. Valkyrie ist hier. Haut jetzt ab. Wo unten, höre ich was. Valkyrie ist abgehauen. Gehe nach unten, Wichstuch. Ich gehe nach unten. Sehr schön. Ich pushe hier weiter. Hier ist eine Cam. Ich bin bei euch. Das ist der Hässliche hier. Ist clear. Pusch hier weiter. Scheiße. Hier ist auch noch meine Cam. Oben höre ich was. Stairs. Stairs. Was bitte ab, den? Aroni. Nee. Natürlich kriegt die mit. Ich habe es keinmal getroffen. Du, oder? Die mich noch fast gekillt hat, ey. Wuh, habe ich. Nice. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Geil. Digga, so krass, Alter, dass die Eggos geholt hat. Und ich auch noch runter war auf 14 HP. Digga, guckt euch mal die Kills an, Alter. Krass. Digga, so ausgeglichen war die Scheiße noch nie. Digga, scheiß, ich muss ja auch noch zwei Kills machen. Nee, fix. Ja, der hat auf einmal auch nachgezogen, Alter. Glücklicherweise in den Runden, wo ich richtig scheiße war, hat der ein paar Kills gemacht. Ähm. Ja. Ja, wo gehen sie jetzt? In 3-3 auch. Nach unten wahrscheinlich wieder, oder? Vielleicht. Ja. Da wäre ja sowas wie Außerwieder gar nicht so schlecht, aber mit EMP, ne? Ich nehme Tür mal mit. Engos drauf geht. Und, wo war ich eigentlich mehr Bock hätte auf Granaten? Digga, ich muss mir die Heizung anmachen, ne? Boah. Das ist ein paar Schemmelikse, Alter. Endlich musst du ja auch mal heizen, denn diese Wichser, ey. Die sind oben, ja. Der wohnt da ja im vierten Stock oder sowas, Alter. Rechts und links von sich Wohnungen, hat unter sich Wohnungen alle heizen, aber die nicht, ey. Bitte eine Spende da lassen für die Heizkosten. Aber eigentlich muss man sagen, ich habe hier meinen Kabuff. Der PC ist schon so eine Heizung an sich. Der Dreck ist vorhin wieder. Das verstehe ich auch gar nicht, dass du Heizung anmachen musst, obwohl du dein PC da schon stehen hast. Ja, ich weiß, ich bin gerade... Oh, mir ist einfach arschkalt, ey. Ja, der Dreck ist vorhin, sagst du. By the way sind sie oben, ne? Ja, der Dreck ist vorhin, ist hier aber wieder schön am rausputschen. Wie sagt man, du anbringen? Hier. Ja, hier piekt er bei zwei, ne? Da, wo wir immer reingehen. An der Tür ist er. Okay. Aber der ist nicht gerade wahrscheinlich umgechillt. Ne, er steht ja immer noch. Er steht immer noch hier. Er liegt, er liegt, er liegt. Genau, ping zwei, er liegt. Er liegt genau hier. Ja. Ey, 50, 50, 50. Er ist immer noch da. Er ist immer noch da. Er ist immer noch im Raum. Er... Ne, sind zwei Leute da. Zwei Leute da. Ey, das kann doch nicht euer eins sein. Ich habe halt... Ich habe keinen Winkel. Schön, das war der. Es war noch einer, ne? Ich versuchte auch noch was zu machen. There's another one, another one. Das hier ist gesmoked. Ich kann nichts mehr machen. Oh, Glass. Inged. Egal, ich habe da einfach noch reingesprayt, habe den bekommen, geile. Er ist weg? Ja, also, ich gehe jetzt rein in meinem Schild, Leute. Ey. Was ist denn falsch, Alter? Immer anrufen, Dicko, äh, Engos noch, bevor da irgendwie was ist, ne? Weil uns bringt eine Drucker echt weh, wenn die ganze Zeit, äh, tot. Junge, ich gehe doch nur den ersten Schritt, aber jeder... Ich werde die ganze Zeit abgecampt, Alter. Wow! Wow! Alter, wow! 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 Ist auch hier oben. Eko, lass mich da hingehen. Ei, ei, ei. Hörst du da Mute-Germar, Marvin? Kann ich breachen? Warte. Ja, Mute-Germar ist hier oben. Wow! Oh, schau. Haben wir zum Glück hinbekommen, äh. Tue mal so was, wenn ich platten würde. Ja. Äh, lag noch wenigstens. Stattung, smoke, smoke, cover me. Cover me. Oh. Planted. Ja. Schön. Oh, Alter. Bleib da, bleib da, glaube ich. Wie? Recht, ganz rechts im Gang. Ja, genau. Ja, ich auch. Nein, nein. Sorry. Digga, wie? Ich könnte auch von links kommen. Nein, du auch. Oh, ärmerlich. Ey, Digga, das, wie können wir das verlieren, Alter? Das war eigentlich voll gut vorbereitet. Ich hätte, ja, das war richtig gut gemacht. Ja. Also, ich war Insta-Tot nur leider beim Mute. Ich hätte gern gesehen, wie er mich bekommen hat, weil das war, also, gepiekt, bam, ich war tot. Okay. Hat da, hat die da Diana einfach gut gespielt, ne, muss man dazu sagen. Ich war halt da gerade richtig arschgefickt, weil da wegen meinem Visier, Alter, mit so einem dicken, fetten Visier auf Armlänge Abstand, ey. Deswegen habe ich versucht, ohne Aim was zu machen. Ja, haben wir in den anderen Games ja auch eigentlich gelernt, so gerade in Apex und Finals geht das ja ganz gut, aber, ne. Gehen wir auch in den gleichen Raum? Hm, ne, ich würde, also ich mag es eigentlich lieber unten, aber wir könnten auch nach oben gehen, wie ihr wollt. Ich finde das auch nicht schlecht, ich nenne mich da Ehla. Dann nehme ich da Legion. Okay, lass uns nochmal kurz, die Runde haben wir jetzt echt ein bisschen verschenkt. War, war einfach zu schnell tot, leider. Aber hast du irgendwo gepiekt, hättest du dich einfach nur den Diffuser abähmen können? Na, der, der Glaz ist gerade gestorben. Ne, ne, der Glaz ist auch der gestorben. Nein, der Glaz ist gerade gestorben, da habe ich gesagt, der ist gerade durch, den Gang gerade durch, zwei Leute waren. Und dann habe ich in den Hallway, wollte ich da, habe ich hier sogar schon ein bisschen reingefeuert und war einfach, ich war Insta-Tot, also ich hatte, hatte nicht mal irgendwie die Chance, da was zu machen. War schon krank. Ey, ich habe gedacht, jetzt so gerade, gerade mit dem Glitz zusammen und meinen Smoke-Nate ziehe ich da, alter, dachte ich, das Ding ist jetzt irgendwie anders. Dachte aus, wird es einfacher, sondern nur so. Boah, dich Arschlecken, ne. So, lass uns mal auf Drohnenjagd gehen, ich höre ganz viele Drohnen, aber wir haben noch, ach doch, dann haben wir zwei, okay. Shit. Da, ein Ding hin. Hier noch eins hin, eins behalte ich. Und dann sagt du, juhu, juhu. Weg mal hin. Etwas. Okay, ich höre über uns Steps, Mixed-2. Wir sind hier wieder, ne. So. Ja. Noch nicht. Hier ist auch eine Drohne. Hier ist dieser kleine Bastard, Alter, der ist so unlegit. Ja, schön. Scheiße, die sind reingehauen. Lash ist drin. Nein, warum ist das ein Schild? Fuck. Boah, schade. Das Timing schon wieder, ey. Markus, guck mal hier. Der Blitz läuft. Oder war grad bei mir. Nee, ich hätte den bekommen müssen. Mein Aim. Ich bin einfach zu krill. Shit. Kacke. Fuck. Es ist weg, wie wir dich wieder auf den gleichen Sekunden hier langen Plänen denken wollen. Boah, wäre ich nicht so kalt, dann wäre das gar kein Ding, ey. Oh, wo ist diese Tür, diese Wand hier? Pass auf, die spielen zusammen. Also gerade Nomad und Blitz spielen zusammen. Oh, fuck. Die spielen zusammen, Nomad und Blitz. Pass auf. Sehr schön, Leute. Aber hier kommt ein Blitz jetzt. Blitz, Blitz wie Banner. Nein. Safe runterspielen. Oh mein Gott. Der, die Füße liegt bei mir draußen. Der letzte, der letzte hier. Füße outside bei mir, outside bei mir. Läuft ihr, der, die her? Läuft ihr, der, die her? Ja. Ah. Nein. Oh nein, Digga B. Ey, ich habe daneben geneift, weil es sich weggedreht hat. Ey, er hat noch drei HP. Oh, meine Liege. Ja, er ist in den Wings gelaufen. Ja, Loll. Oh, Digga, ich bin einfach so kalt, ey. Oh. Ich bin einfach so kalt. Oh. Ey, dass er dann da raus, bitch, wenn ich gar nicht mehr weglaufen war und ich meine Fallen nicht mehr nutzen konnte. Oh. Scheiße, ey. Komm, jetzt machen wir sie fertig, Digga. Jetzt machen wir sie fertig. Ja, wir sind wieder Angriff jetzt, ne? Ja. Ich nehme Doka. Ey, soll ich den Monte dann? Ich nehme erstmal Termite, falls wir was breachen müssen, mal gucken. Ja, ja, ich nehme mal Monte mit. Guck mal, wie hat sich noch rumgekämpft? Ja, warum flamen die eigentlich schon wieder die ganze Zeit? Ich habe auch keine Ahnung. Ne, der schlechteste von denen, der hat die ganze Zeit den Maul offen. Sag die ganze Zeit, Oblivion, was ist das denn für ein Oblivion-Typ? Jut, die alle. On the road again. Meinst, sie gehen nach oben, nach unten, links, rechts? Ich denke mal, sie gehen nach unten. Ich möchte da angreifen, wo ihr letztens angegriffen habt. Da oben, irgendwo will ich gar nicht rumgeiern, ey. Außer ich bin irgendwie Rambo oder so, aber ansonsten. Das funktioniert. Digga, warum sind die, ich muss nicht unseren Typen auch reporten, ey. Die Sackflöten unten? Die Sackflöten sind unten. Hm? Warum musst du unserem reporten? Ja, weil der auch heftig am rumflamen ist. Scheiße, da kommt man gleich rein, Nito. Ja, der war genervt von dem Geflame von denen und hat ihm gesagt, dass die irgendwie dicken Schwanzen in den Mund brauchen. Wobei ich ihm da echt zustimmen muss. Ja, die ist egal. Wo plant, äh, wo startet ihr? Ich habe keinen Plan, wo ich reingehen soll, oder wo ich spawnen soll, wo man runter geht. Ich will hier eigentlich rein. Ich weiß nicht, ich gehe mal Long Rage oder so. Äh, Long Range. Shooting Range. Ich folge einfach mal hier den Wichse. Wir gehen hier in das Loch rein. Achtung. Ich will da breachen, auf 5er ping. So, hier. Oh, das ist noch einer. Da bin ich mit Deko reingegangen, das war falsch. Hier, das war falsch? Ja, da sind wir nicht unten. Da seid ihr ein Stoffwerk rüber. Fuck, äh. Wir wollen weitergehen. Braucht ihr einen Anruf? Ich kann einen Anruf kriegen. Oh, hier sind wir. Wie kriegt man einen Anruf von mir? Calling. Hallo, draußen. Oh, hier kann ich breachen, das ist super. Ich glaube, ich bin schon vor ein Objective. Leute? Ja, krass. Ja, wir müssen nur da reingegangen, wo wir nicht sind. Ich gehe mal rüber zur Montagne. Warte, Monty, ich komme. Ja. Versuche, auf der Fall zu überleben. Oh, hier ist schon eine Gu. Bist du da? Ich rufe nochmal an, ja. Calling. Hier ist eine Gu. Rechts ist auch noch eine Tür, ne? Die ist offen. Könnte hier breachen. Gu. I'm breaching. I'm planting here. Ja, eine Treppe von oben. I smoke. I smoke. Wo ist eine Gu? Da unten. Pass auf, da laufen schon welche rum im Raum. Ich mache mal auf für dich, ja? Ich kann hier gar nicht breachen, Junge. Replanten. Ich dachte, ich bin schon On-Spot. Ich halte mal nur den Raum da. Hier, hier, hier. Mach mich weg, 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 weg. Ja. Steh ich nur zur Tür. Steh ich nur zur Tür. Ich würde gerne weitergehen. 44 HP. Links sind zwei Stück. Eine steht auf dem Tisch drauf. Nehmen wir hier ein bisschen ab. Filter kurz. Vor mir. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ja, ja, geh weg, geh weg, geh weg. Oh mein Gott. Vielleicht dead. Alla 15 AP. Das ist noch eine Gu. Jo, diesen habe ich, diesen tot. Noch eine Gu. Jo, habe ich auch. Hier links, 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 links. Er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt. Wow, Digga. Ist hier vorne? Scheiß Echo, Alter. Wirst du ihn pushen, oder? Pass auf. Oh, Shotgun. Nein. Hat mich gemessert. Schönes Ding. Ja, er habe ich. Wo ist der Diffuser? Er ist tot. Nehmen. Hinten, fuck. Ab ihn hinten. Gegenüber. Scheiße. Nein, auf A. Nice. Wo ist der letzte? Gegenüber von Monty. Oh, sauber. Oh, Digga. Junge, Alter. Digga, leck mich. Ich dachte, da, wo Monty in dem Raum ist. Digga, wir haben gewonnen. Digga. Oh, Digga. Wie konnte ich das noch gewinnen? Nein, nein, nein. Also, bei mir lief es auf jeden Fall nicht mehr so gut, dass man gewinnen könnte. Ich wollte schon wieder im Vorraum planten. Ich dachte schon, ich kann das. Der erste war gar nicht on spot, ey. Ich hasse, Digga. Also, diese Map-Sock waren viel zu selten, ey. Ich liebe es, einfach mit Monty zu spielen, ey. Ich liebe es, Digga. Honor for Honor, guys. Let's go. Digga, gib mir Honor. Ich bin hier MVP. Ich habe euch gekämpft. Ich kriege nicht einen einzigen, einzigen, der nicht zu kriegen, ey. Na, komm, hier. Oh, Dankeschön. Du kriegst auch was. Danke. Nein, ne? Bei den Gegnern bitte nein. Oh, okay, Muchachos. Also, es war für eine interessante Runde, sag ich mal. Hat gut angefangen. Dann ziemlich das nachgelassen. Dann wieder ein kleines Hoch. Und da war es wieder ziemlich scheiße. Aber am Ende haben wir gewonnen. Was euch gefallen hat, Daumen nach oben schmettern. Wie gefällt euch die Map leer? Jetzt, wo sie ja mittlerweile schon ein paar Wochen draußen ist. Gerne mal reinschreiben, kennt ihr euch aus? Mittlerweile passiert euch sowas wie mir gerade, dass ich mich planten will, aber gar nicht on-spot bin. Einfach mal reinschreiben in die Kommentare, Muchachos. Danke euch für den Support. Grüß euch mal reingauern. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye. 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 Lass den überhaupt da rein, oder was? Nö. Nö, wo bist du? Der im Arsch, vork, Alter. Ganz tief drinnen. Uh. Hallo. Hallo. Hallo.